Da haben wir auf alle Fälle so ein Ding. Ich logge ihn einfach hier hin. Wo ist die Kamera? Okay, da brauchen wir auf jeden Fall schwere Geschütze für. Ich werde dir nichts tun. Wir werden sie retten. Doch, doch, du wirst gerettet, ob du willst und nicht. Ausbeuten tue ich dich nicht. Ja. Adam hat alle Eigenschaften des Menschen optimiert und nicht seinen Charakter. Vielleicht gibt es ein Lass mit, das den Geist vergrößert. Vielleicht liegt der Schlüssel in deiner DMS. Ich habe dir eine kleine geschickt. Sie hat andere Sachen dabei, die dir deine Last leichter machen werden. Meicht hinten. So, 200 L im Körper, Panzerung 2. Aber jetzt können wir ja auch noch ein bisschen Technikaslots und sowas kaufen. Schwierigkeitsgrad beim Hacken. Nehmen wir das. Kampftonikaslots. Schraubenschlüssel. Nehmen wir das. Gesundheits-Upgrade. Und, ja, ich würde sagen, Eve-Upgrade nehmen wir auch noch mit. Weil, wir es können. War ja wieder klar. Schreiten jetzt schon wieder rum. Halt den Schnabel. Oh, ja, aber noch was. Goddammit, ich bin komplett leer. Dann nehme ich einen Schraubenschlüssel. Ich habe gehört, der schmerzt die Leute, die Ehe gehen. Oh, hier haben wir noch was. Hm, auch nicht viel mehr. Hm, hm, hm. Achtung, jede öffentliche Versammlung von jenen Menschen-Personen-Personen-Personen-Personen-Personen-Personen-Personen-Personen-Personen-Personen. Keks. Keks. Ich meine. So. Ich könnte die Gegner auch einfach sehr schockieren. Wenn man es mal so umsieht. Oh, Objekt anfertigen. Können es auch hacken. Wir haben noch Autohacker. Und ganz ehrlich, dafür haben wir es. Trinker. Werden kleine Mengen EVE wieder geschaffen, schon entzogen. Kleine Mengen gesunden EVE, wenn du Schaden mit dem Schraubenschlüssel zufügst. Okay. Okay. Packen wir das Hackers-D-Light weg. Dann machen wir noch das. Ach, komm, das Diebel lassen wir jetzt auch weg. Bauen wir uns ein paar. So. Jetzt haben wir uns aber genug geheckt. Äh, gefertigt. Okay, jetzt sind irgendwie keine... Ach, nicht schon wieder. Ja. 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 Oh. Legereck. Legereck. Auto-Hack. Wofür haben wir sie? So, MP. Padularis. Ja, war klar, dass da nichts drin ist. Sonst ist hier nichts. Auch nichts. Oh, da ist noch jemand. Mit 13 Dollar in der Tasche. Die Pantagen helfen auch. Ja! Ja! Äh. Aua Savoll Savoll Ich Ich werd Nein, Mr. Bubble steht nicht Doch 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 Doch, doch, doch Lass dich erretten Danke, Mr. Und jetzt Ab nach Hause mit dir Los Ich Ich habe das gesagt Hacken Auto hack Ach, hier hängt er Ach, du Scheiße, nein Wer pfeift denn hier Ich gucke mich jetzt Wohnung von Sander Cone Erschreckt mich doch nicht so Oh Oh War sowieso eine neue Waffe Napalm, Napalm ist immer gut Was ist das obere? Stickstoff Ach, wir bleiben bei Napalm Die hat's zerfetzt Immerhin da Und welche Oh Da Da oben hängt Houdini Spicer Okay Der andere ist weg Sohn Schrot Sehr schön Nehmen wir alles mit Tja, sonst Da ist dicht Ernsthaft, das ist ne Das ist ein Hund Puh, die haben ihr Hund gegessen So, ich kam mit uns Hm Bah Pfui Pfui, Deibel aber auch Ich traue mal wieder Nichts und Niemandem Also, wie immer Können wir nicht noch Insekten-Schwarm nehmen Oh, da haben wir noch so ein Kollege, du musst ein bisschen lauter reden Ich hörde ich nicht Ich hörde ich nicht So. Nitro-Splicer. Oh, der hat Kies dabei. Gefällt mir. Wir könnten eigentlich auch mal nach oben gehen und gucken, was wir da sollen. Alles haben. Wir haben eine Waffe! Wir haben eine Waffe! Hm. Hier läuft nur scheiß Fernsehen. Okay, hier ist ein bisschen überflutet. Also hier hat einer das Badewasser mal ange... Kann ich das... Nee, ganz kaputt machen geht nicht. Schade. Hier hat einfach einer das Badezimmer überflutet gelassen. Aber es tropft da unten nicht durch, also... Respekt an die Bauherren. Ich geh jetzt mal nach oben. Tja, so ein Scheiß aber auch, ne? Dass ich Bienen habe. Gibt's denn hier sonst noch? Bevor wieder irgendwelche Leute... So. Wie sich das gehört. Äh, ist das jetzt deren Ernst? Das sind... Kinder. Ne? Oh, safe! Ach komm, den kaufen wir. Können wir uns leisten. Cool, wir haben sogar mehr Kohle dazubekommen... ...als das wir ausgegeben haben. Moment, von da kam ich. Hier mal ne EVE-Spritze. Im Tisch sind ein paar Flüppchen. Verkürzen das Leben ein wenig. So, was haben wir hier? Hier ist ein... Eine übergroße Küche. Zeitung, aha, der Wetterbericht... Ah ja, ah ja, ah ja, ah ja, ah ja. Wow! Wow!